hallo ich bin martin von mannemankees das ist die DAX-analyse für nun Dienstag den 4.10.2022 und unser DAX hat den Feiertag genutzt hier mal ein bisschen im Schaltkreiskasten seiner Rakete rumgeguckt hat die stecker gefunden die der kleine junge da rausgezogen hat am vortag und erst mal wieder reingesteckt so dass die potenzielle Rakete erst mal wieder gestellt es sieht ganz gut aus wir haben in der analyse für den freitag schon mal ein bisschen durchgesprochen dass wir langsam aus dem Zeitfenster der Abwärtsbewegung rauslaufen das für das Donnerstagspad dann noch ein bisschen was nach oben gefehlt hat und dass er durchaus auch probieren könnte das noch mal ein bisschen abzuarbeiten hatten gesagt vielleicht im ersten Schwung erstmal so 1,90 dann nochmal Schwung holen und im zweiten Schlag oben raus das gibt dann hier zu machen das gibt bei 12.287 und ganz so ist es nicht aber auch wie hat jemand auf dem YouTube Kommentar geschrieben das war nix oder irgendwie so so ist es ja auch nicht gewesen also es ist schon sehr sich klar dran gewesen was wir haben wollten man hat sich weiterhin gut gehalten hat sich weiter stabilisiert dann jetzt hier auch wieder zurückgedreht in das Gap rein aber das Gap ist noch nicht ganz so die 2.287 da haben jetzt noch ein paar Punkte gefehlt hier im top ich weiß nicht wo er war 2.80 oder sowas das hoch war bei 2.74 ja 2.87 hätte gefehlt also 10 Punkte können wir jetzt aber dann zum Dienstag dann mal angehen wichtig ist ihr seht hier in der Trendlinie dass die markiert unseren Abwärtstrend und die ist verlassen worden das heißt aber jetzt ist unser DAX offiziell erst mal aus dem kurzfristigen Abwärtstrend diese Bewegung ausgebrochen was natürlich jetzt erst mal wieder eine Gegenbewegung einleiten kann die kann durchaus auch ein Ausmaß in dem Format annehmen kann aber auch sogar größer werden deswegen ist es sehr wichtig wie unser DAX sich jetzt verhält und ob es tatsächlich denn schon wirklich ein nachhaltiger Trendbruch bleibt denn unser DAX kann ja auch mal Fehlausbrüche generieren das hat er ja auch auf der Unterseite oft genug gezeigt und deswegen sehr 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 wichtig wie er sich den Dienstag verhält na also ich sag mal im Ideal holt er am Vormittag ein bisschen Schwung auf der Unterseite drückt sich über den Mittag wieder nach oben generiert am Nachmittag neue Tagesordnung das wäre perfekt ist für den Dienstag eher unübliches Verhalten muss ich klar auch sagen aber wäre für den Verlauf perfekt um hier ein bisschen Stabilität in die Aufwärtsbewegung reinzubringen und vor allen Dingen auch mehr Druck mehr Druck reinzubringen und weiteres weiteres Potenzial auf der Oberseite dann eben freizulegen machte hier weiter ist erst mal die 2,87 dran und dann eben auch die Zone um 3,50 wieder 3,50 3,65 und 12,500 und das ist dann tatsächlich so ein Bereich wo ich dann sagen würde da sollte man dann sehr sehr genau hingucken weil auch da gegebenenfalls so eine Aufwärtsbewegung schon wieder ermüden absterben und völlig krepieren kann wenn der Kerl dann aus der Zone hier ich fasse die ruhig mal ein bisschen breiter als so zwischen 12,6 65 und 12,350 so wird es handhaben wollen er bricht er von hier wieder zurück und macht es zu dynamisch und generiert hier neue Tiefs dann leitet er eine dritte solche Welle ein ja also dann würden wir quasi ab dem hoch was dort platziert wird dann wieder so ein Ding nach unten ziehen können und das ist auch sehr üblich in Korrekturmustern es kommt häufig immer vor dass das dann auch noch eine nachgelagerte Welle kommt und das würde dann etwa so aussehen und dann schon Ziele deutlich 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 tiefer freilegen halt ne also daher ein bisschen Vorsicht das wäre dann wahrscheinlich eher Richtung ja vielleicht Donnerstag sogar Freitag also wartet mal wir haben jetzt wir haben jetzt den dritten der vierte ist der Dienstag Mittwoch also vom Ausmaß er wird sich wenn er das so macht hat sich an der Bewegungsbülle orientieren ja das heißt er hätte ja schon auf dem Das passt passt schon ganz gut so rein Könnte man fast so stehen lassen deswegen sehr 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 aufpassen wie sich unser dax jetzt hier oben verhält neue tiefsten gift drücken also wenn er jetzt sag ich mal einen Trendbruch des Abwehrstrends macht und er bestätigt das nicht Dann war das eine Bullenfalle Und wenn es eine Bullenfalle im Markt gegeben hat dann macht der Markt in der Regel unten neue Tiefs und zwar in Trendcharakter das heißt er sticht da nicht nur einmal drunter der haut dann den richtigen Flanken drunter und läuft dann halt wirklich gleich mal eine ganze Strecke also 11600 wäre für mich dann das nächste Ziel wenn das jetzt hier kein nachhaltiger Trend bruchte das kurzfristigen Abwehrstrend wird der der übergeordnete ist nicht gebrochen der der dazwischen ist nicht gebrochen Es ist wirklich nur der seit 13. September der jetzt hier ein knacks gekriegt hat und für den wäre aber auch noch ein höheres hoch wichtig über 320 Deswegen bleibt unser dax stabil kann er sich vielleicht am morgen mit einem kleinen schwächer anfall fangen so 12100 und sich wieder aufdrehen und also das wäre wirklich perfekt ja dann können sie schon in die 350 schieben dann können dort müssen zur seite rumeiern und dann stück für stück sich in die 6 oder erst mal die 2500 vorarbeiten ja 1200 den bereich und dann hier wirklich eine entscheidung bringen harte dynamik nach unten oder stabil zur seite und weiter oben raus ja also Gucken wir uns im tag es schaut auch gleich noch mal an was weiter oben raus Sein kann dazu nehmen wir mal das hier ein bisschen weg warte mal Geh auf Machen wir mal Sichtbarkeit tag raus Zu wenig zielwasser getrunken das gehört hier ordentlich hin So so sieht das richtig aus und auch hier sehen wir diese Abwehrstrendlinie die unheimlich stark verteilt ist jetzt über 4 Aber jetzt die letzten tage schon immer wieder angesprochen war auch im tief wieder genau drauf halt Ne Jetzt quasi 1 2 3 4 tage in folge Da sieht halt schon deutlich nach umkehr aus und aus der zone heraus würde halt auch hier erst mal so eine 620 sprechen Und wenn er aber das bricht haben wir hier oben dann noch mal so 12.885 bis 12.900 die eigentlich leicht Erreichbar sind das wäre dann auch nur wieder ein pullback an vorherigen Flachen aufwärtstrend oder korrekturtrend Ne Und die nächste hürde wäre dann erst wieder hier oben im bereich um 13.320 wenn er sich wirklich macht Dafür muss er aber verteidigen er muss halten er muss die grüne kerze halten Dass das keine selbstverständlichkeit ist muss ich euch glaube ich nicht sagen denn wir haben das Öfteren schon mal solche kerzen gesehen Die gut aussahen und dann kam direkt wieder rot dahinter Rein vom gefühl her glaube ich aber dass so relativ viele jetzt denken und glauben das kippt jetzt eh wieder um und genau jetzt gibt es dann nicht um Und würde deswegen wirklich noch weiter hochs mit einplanen Und auch mal so ein antippen der 3.65 Und mich nicht körper machen lassen wenn er schwach rein startet Ne aber ich würde dann auch noch nicht long gehen also ich würde hier in dem bereich keinen long suchen das wäre mir dann zu heiß ne Nachher holst du ihn doch wieder nach unten durch und dann steht er wieder am tief und dann rennt er zu seiner 11.600 Würde ich dort nicht machen aber wenn er so schwung holt und dann macht er nachher ein neues hoch also das wäre schon Das wäre schon schick ja und würde auch ein bisschen den abwärtstrend bruch bestätigen und dann eben platz machen bis 3.50 3.65 Und dann eben drüber die 12.500 ist so wichtig die ist wirklich wichtig 12.500 bis 12.665 das wäre dann große entscheidungszone Ja gut dann haben wir das durch wünsche ich euch gutes gelingen viel erfolg zum Dienstag und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss Dienstag und dann gehts month Vielen Dank.